ich doch nicht soll das denn oder ich verkleinere das Zimmer wie viel würde ich dadurch gewinnen oh ich kann es nur um einen verkleinern Mist 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 aber immerhin das hier wieder wieder verkaufen und dann meinen Beistelltisch und dann Ups, mein... ich bin das tut mir leid dass ich schon wieder so ruhig bin aber man sieht es bringt was also ich glaube ich stelle das lieber hierhin so und wenn er jetzt kann Reichtes die nur das Verlust mit sehen ich wollte nämlich dass sie die Fähigkeit schreiben bekommt reich ist ein wenigstens objekte filtern das die 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 Ja, Geige würde ich hier dann noch geben. Ich glaube, ich stelle hier dann da noch eine Geige. So, dann gebe ich hier noch, so wie hier, einen Vorhang. So, dann gebe ich hier noch, so wie hier, einen Vorhang. Oh, das ist süß. Oh, ja. Ich glaube, das mache ich, aber ich glaube, das ist für Kinder, ne? Andererseits ist das Bettlaken hier. Obwohl, das ist auch okay. Ja, ich glaube, ich lasse hier das. Das ist doch ein richtig geiles Zimmer. Da ist viel Platz, das ist doch schön. Da kannst du auch nichts sagen. Ja, es fehlt jetzt noch ein bisschen was, ne? Das ist, ich wusste, dass es nicht ganz ausreichen wird. Irgendwie gefällt mir das hier besser. Sorry. Aber hier, es stimmt alles. Tür, Tür, Tür. Ja, wir müssen noch ein bisschen sparen. Aber sie hat jetzt noch ne Geige bekommen. Und, ich meine, sie hat's verdient. So, die Küche wurde ein bisschen größer. Ja, das hier ist jetzt ein bisschen misslungen. Leider. Ups. Aber das wird. Dann würde ich sagen... Ich würde gerne... Und Sie haben die Küche mit dir so ... Und wenn es ein bisschen was dauert, dann ... Ihnen geht das mal auf den Ball. Bis zum nächsten Mal. Es wird immeruurig. Das ist gut. Dann geht das mal auf den Ball. Und dann tue ich gerade auch auf bei mir was. So. Dach. Nein. Nein. Und das jetzt immer so? Na ja, ich weiß ja nicht. Nein. Nein, das wird mir nicht gefallen. Hmm. Tupi, 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 papapap, papapap. Up, up. So. Und hier? Pff, ich weiß nicht. Nein. Ich weiß nicht. Pff. Ach, Jauh. Oder? Pff. 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 Na, komm schon. Wenn ich das jetzt... Na, komm schon. Ups. Ach, und wenn ich da jetzt... Alter, die Kamera, die bringt da nicht um. Okay. Oh Gott. Was mach ich hier nur? Also hier weiß ich, kommt das hin. Schlecht und erreifend. Alles kostenlos. Alles kostenlos. Oh Gott. Oh Gott. jetzt hier ja ich nehm das nein hat was doch hat was aber das hier ist halt ein bisschen doof aber ganz ehrlich dann mach ich das dann mach ich das so das gefällt mir gut das ist doch schön also ich finde das gut ich finde das super doch dann kannst du dich da so unterstellen doch 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 so so meine Liebe so so das ist toll okay das hier ist echt störend okay gut daran muss ich mich dann halt gewöhnt schön geiger üben you are hungry also du are krieging was vier Tage fünfter ja letztlich das ist jetzt voll schön hier aber das gefällt mir richtig gut gut ich hab gedacht ich krieg das nicht hin ha falsch gedacht da alle falsch gedacht und die du du musst noch ein bisschen schlafen das k 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 Das Dach hier, das ist irgendwie doof. Kann man das nicht irgendwie anders regeln? Warte mal. Welche Wand davon stört der denn jetzt? Die da. Also ist es... Ah, 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 ah. Es ist die Wand. Aber das gefällt mir so gut. Mensch. Okay, jetzt gefällt es mir besser. Kann ich nicht einfach... Moment. Ja, ich weiß, ich wechsle jetzt ziemlich oft. Aber kann ich nicht trotzdem? ín. Ähm. Ähm. Ja, das muss da bleiben. Das geht nicht wie über eine Treppe. Alles klar. Was zum Teufel. Nein. Das möchte ich wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht notwendig. Wirklich nicht. So. Ja, diese Wand ist da leider nicht wegzumachen. Leider, leider. Aber naja, was willst du machen? Ach so. Ähm. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Boah, was macht die da rum? Komm, halt hier einiges Zimmer. Oh, Hilfe! Bringt die das ganze Haus zum Beben. Du bringst das bitte so viel Dreck. Montagmorgen, du musst zur Arbeit, sie muss nochmal zur Schule und sie muss auch arbeiten. Okay, nein. Der steht da jetzt aber nicht besonders gut. Ja, dann hier. Ja, leg los. Hau in die Tasten. Na gut, es ist halt ne Tastatur, aber hau in die Tasten sagt man eigentlich nur, wenn es ums Klavier geht oder so. So langsam bin ich echt durch. Es ist zwar Nachmittag, 2 Uhr, also jetzt nicht hier in game, sondern in Wirklichkeit. Der Flur ist jetzt ein bisschen kahl, aber ich kann damit leben. So, wann musst du denn los? In zwölf Stunden, in sechs Stunden, in fünf Stunden. Es ist ein bisschen klingelt. Eniger. Hä? Waa? Hau geh mir bloß weg das geht ja gar nicht Post bekommen K was haben wir hier und lasst doch mal eure blöden Puls weg ja hier Masi gleich so ziemlich genau gleich ja komm steh auf du gibst mir sonst noch um da hat sich was verändert ne dann ist es größer besser ganz ja ich finde du dass man mit solchen Dingern die nicht integrieren kann k k k k es gibt nicht auf die Nerven aber in dieser Aufnahme läuft wirklich alles oh Gott wir sind jetzt schon drei Stunden oh Gott wir sind jetzt schon bei drei Stunden Ei 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 Hilfe oh Gott oh Gott oh Gott und das sind erst ja Moment halb 30 Minuten eine Stunde das gleiche dann nochmal ja das sind erst sechs Folgen das ist gar nicht so viel ich hatte nur so viel ähm im Voraus weil ich immer mal wieder ein bisschen aufgenommen habe oh und noch ist die Aufnahme auch noch nicht vorbei oh Gott so was machen wir dann als nächstes was lassen wir uns als nächstes als Ziel die bekommt hier noch ein Flügel die bekommt dann noch ein Flügel hin oder so oder halt ein Klavier und ein Schreibtisch das sind auch schon wieder mit ja 5.000 Simulions weil ich will einen guten PC haben und er dann auch also 6.000 würde ich sagen und dann kriegen die hier ein bisschen im Fernseher auch wenn der erstaunlicherweise noch nicht kaputt gegangen ist und dann hier einzelne Sachen wie neue Dusche, neues Klo besserer Kühlschrank besserer Herd bessere Betten ah wie das hier ah ja 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 das ist doch jetzt ja ja und er kommt sogar ein Tränchen das ist doch richtig richtig schön hier Danke dass du jetzt die Stimmung versorst Nimm dich verpisst und ach Alex muss in ca. einer Stunde in der Schule sein ja gut das kann sie ruhig und du was machst du auch wie hier Prozent was könntest du noch mal machen mal was hast du da ich würde erst fein Kochding da zu einer lesen und danach warum so ein Spell in uns weil du dann noch mit fertig bist gehst du noch ein nicht du warte was mathematisches Diagramm okay oder warte sie hat ja noch ein bisschen Zeit oder Nini sie muss jetzt los was brillante Seiten seit wieder mal mit E geschrieben was wieso auch sehr einsam auch auch Alex meine Suche Kummer und Lein anrufen nee auch ruft doch mal die Liberty an die hat bestimmt für sowas Verständnis das ist k 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 Mannschaften schließen. Oh Gott, ich weiß warum. Die, der jetzt so viel dadurch verdient hat, damit wir, ja, nämlich genau die Hälfte wieder abgeben können. Danke dir. Rechnungen. Ach. Ach. Den so schönen Geld fasst komplett wieder los. Objekt verbessern. Nein. Nein. Nein, geht auch mal weg, macht doch mal was Vernünftiges. Okay, gut, letztlich. Du bist duschen, dann musst du auch gleich los. Dann stellst du dich noch dahin. Ja, gut. Ja. weil mir einfach los da ist, aber es ist ja genau so. Zwiebel. Das war ein. Nee. Da, ich bin sicher. Vielen Dank.